Hola Landratten und willkommen zur vorletzten Sonderausgabe der Forte Ventura Tour. Unser heutiges Ziel sind die Dünen in Corajello. Mit dem Auto waren das gute anderthalb Stunden von Costa Caima entfernt, aber wie immer lohnt es sich auch hier der Weg, denn diese wunderschönen feinsandigen Dünen waren ein idealer Ort für ein klasse Fotoshooting. Unser heutiges Ziel ist die Dünen in Corajello. Hitz und hohe Temperaturen führen natürlich dazu, dass man austrocknet und stirbt. Äh, ne, joke. Wir sind natürlich zum Abkühlen an den Strand gefahren und hatten noch Spaß am und im Wasser. Musik 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 Kommen wir aber jetzt zur heutigen Challenge. Wer macht das schönere Rad? Na, da sind wir doch einmal gespannt. Der Fail vom ersten Tag zählt aber übrigens nicht dazu. Aber weil es so schön war, dürfen wir den noch einmal sehen. Na gut, also die Challenge geht wohl an Sabrina. Das war wohl wirklich eine richtig peinliche Nummer. Ich sage bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht zu bewerten, zu kommentieren oder zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.